Und, äh, Spannung im Fernhof, äh, äh, zündet einfach die Bombe, äh. Äh? Ja? So, äh, folgendes. Sola, ist, äh, gerade ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Äh, äh, das hab ich verkackt. Er hat ein kleines Problem, ein technisches, und versucht, das jetzt zu lösen. Ich kam aber grad in den Raum. Ich hab bisher noch keinen CS verpasst. Sola, was ist los? Und, und er sitzt da übel am Tilten. Das wird gleich richtig cool. No, Leute, Hilfe! Ja, Max, da komm ich nicht an. Wie, Hilfe! Okay, okay, ja, dann lass es einfach. Ich geh mal. Du musst, du musst callen, wenn du unten, wenn die Wave on Turret kommt, ne? Damit dann Max unten ist gegen den Dall. Komm, ich muss dagegen, Alter. Äh, folgendes. Es läuft gerade der erste King of Spandau Cup. Und das ist noch nicht ein Finalmatch, aber die anderen werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Äh, wir nehmen das nur schon vorher auf, falls es 1-2-0 wird. Lol, die haben hier alles weggebracht. Ja, aber kommt es, wenn es in 2-0 wird, nicht das Game nach den zwei Games geht? Nö, so sparen wir ja Zeit. Außerdem hat Johnny Geburtstag und er will noch ins Wurzhaus. Nein, nein, nein. Ich meine, das Game wird doch eh erst nach den zwei West-Office hochgeladen oder nicht. Nee. Warum? Kommst du nach dem Red Buff mit, oder wann ist die Wave unten da? Machen die einen Slowpush? Genau, wird die gar nicht schneller werden. Genau. Ja, ist doch geil. Wann wir das dann uploaden? Weil, in der Aufnahme fängt an, darüber zu diskutieren. Was soll ich machen? Ist das so ein Slowpush gegen dich, Kutscher? Kommst du bitte einfach übel, Alter. Ja gut, dann komm bitte. Ich mach dir mal lauter. Kutscher ist übel, Alter. Dann können wir mit dir gleich rein. So, was soll ich? So, ich hab gerade nichts mitbekommen. Wir warten, bis die für die Caster-Minions geht. Dann spritzen wir da rein. Richtig reinspritzen, Kappa. Das kann der Joddy gut. Wir haben auch Exhaust, wenn es eng wird, aber... Ach, Leute. Schön. Wave jetzt mit mir durchpushen. Ah, nee, die hat TP. Ah doch, trotzdem, trotzdem, trotzdem. Schöner Huck von mir. Eigentlich gefällt das so viel besser. Kann das immer so sein? Vor allem, er sitzt da so, hämmert auf seiner Tastatur rum. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal... Der Taskmanager... Nicht mal Taskmanager. Rastet komplett aus. Reicht das so? Nee. Okay, dann hat er doch wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also, dann schreibt man die Kommentare, ob ich immer so reden soll. Ja, ja. Da noch den, wie unsere Welt steht. Ja, aber die ist halt jetzt gerade hier da. Ja, ist alles okay. Also, die konnte das mit 3-Castomen geben, falls Friesen, aber wenn, kannst du es auch nicht mehr ändern. Ich hab's gegen den Midlaner nicht, ob ich hier so reinpushen. Ich mach mir echt mehr Spaß, muss ich sagen. Gut, ich hab mich nicht happy. Hol dir bitte ein Pinkboard. Und dann stellen wir den Pinkboard direktieren, damit oben... Nee, du stellst ihn sogar hier. Damit, ähm... Oben der Kevin weiterpressern kann. Weil da kann das Spawn gegen... Der Kevin. Der Kevin. Weiß mann. Das ist wohl so. Alter, ich kill hier gleich noch. Ich sag's euch. Hast du das im Urin oder wat? Ich hab mich gerade auf Wachen gepisst, ob er gerochen. Alter. Aber war drin. Wo soll ich Pinkboard aufstellen? Oh, hier ist ein Hava. Wo soll ich Pinkboard aufstellen? Okay. Ja, also das Ding ist, wir versuchen jetzt auch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr zu spielen, denke ich. Ähm, gerade wegen auch King of Spandau. Ich bin, gerade ich bin ziemlich eingerostet. Ich hab jetzt seit meiner Diaprobo nicht mehr gespielt. Nimm alles. Ja stimmt, während des... Ne, Kevin nicht. Aber so während des Splits, zum Beispiel Johnny hat ja auch nicht gespielt, Soda auch nicht. No! Ja, Solat glaub ich sogar echt noch. Solat glaub ich sogar am meisten. Echt? Also ich hab X. Zock der nicht nur noch Overwatch? Ich kann nochmal mitkommen. Marklose. Der Junge Disrespect, Max, komm her. Der lacht mich aus. Fuck ihn. Max, komm her. Der ist nicht näher genug. Wenn er... Prinzipiell, wenn wir... Wenn wir wissen, die hat da Flashdown, also bevor geflasht ist, kannst du sogar hinterher... hinterher für den Flash noch drauf machen. Aber komm nochmal von hinten, das ist ne gute Idee. Komm jetzt direkt einfach nochmal. Und jetzt kannst du auch mit... Nice. Sehr schön. Okay, raus. Alter, ich hab ihn fast getötet, Leute. Echt? Der ist auf 1%. Alter. Äh... Wie er hyped ist. Aber ich... Ich... Ich weiß nicht. Lohnt es sich für mich runter zu gehen? Junge, hol dir den. Der hat kein Flash. Und die wurden auch nicht die fetten Lulis. Fenden? Das ist einfach nur so ein Upgrade. Aber es hat sich voll durchgesetzt. Ich hab letztes... Ich weiß gar nicht mehr von... Ich glaub von Malte das Video geguckt, der hat auch so ein Wettbogelis gesagt. Ja, ich hab das jetzt im... Äh... Video am Samstag gesagt. Jo. Also ich kann jetzt mal runterkommen. Wollt auch immer meinen Schirm voll durchbringen. Das ist ein neuer Trash-Skin? Also ich... Ja, komm einfach. Auf Bad, ja. Doch, nicht egal. Eieieiei. Oh, ich hab mich nicht durchbekommen. Ich bin auch... Ah, ich bin auch offen. Na... Na, doch, dass sie gut aus. Na, passt. Hätt'n bisschen besser spielen können. Muss man ja auch mal sagen. Er holt den Jungle ab. Ich bin gespannt, wann es mal kommt. Was ist, wenn er nicht kommt? Wie gewinnt es? Wir haben übelst das Kassel-Late-Game mit Kassel-Late-Game. Ganz ehrlich, ihr tut gerade so, als ob wir nicht jedes Game 4 gegen 5 spielen. Ja, aber sonst bist du ja der der Spieler. Alter. Alles zu genau. Ja, ich scheiße. Ich weiß ja nicht, was das soll. Hahaha. Aber keine Reaktion. Mach jetzt aus. Ich mach jetzt aus. Ich mach jetzt aus. Ich Brofist. Ich Brofisten. Ich bleib einfach ein bisschen. Oh, du bist auch noch hier. Oh, lass mal hier. Wollen wir mal reinpushen? Nö. Okay. Nö. Ich liebe so Leute, die was fragen und einfach schon was machen, ohne auf Antwort zu warten. Jo. Nö. Prinzipiell müsstest du in der Phase halt die Vision für den Top-Lane eigentlich noch ein bisschen... ... quasi den... Ha? Deinen... Oh, ich hab's jetzt. Oh, das... Oh, der will den Pink. Der Arsch. Der kleine Arsch. Hier, hier. Oh, ha, jo. Oh, jo. Hier, hier, hier. Hier ist er, hier ist er. Hier ist er, hier ist er. Oh, laul. Was? Ich hab nur gekennzeichnet die Speckgeburt. Die Speckgeburt. Auch gut. Alter. Ich bin einfach zu schnell mit meinen Reactions. Reactions? Mit meinen Reactions. Was habt ihr denn heute? Nichts, alles gut. Was warst du da heute? Ja, die Frage... Was Cola getan? Das ist mein Ding. Hallo. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr saufen wart, Cola dann immer noch so nach Mische schmeckt? Also hab ich jetzt heute nicht, aber... Nee, das will ich mir nicht. Nee, ich hab'n Motto. Ich trink nichts unter der Woche. Ich hab'n Motto. Ja, aber... Ich find'n Motto... Mitte, Mitte, Mitte. Ja, okay, okay, oder? Alter, schau mal da. Lass den mal töten, Johnny. Ja, okay, okay, okay. Kommt ihr von hier? Oh, dass sie jetzt ein bisschen spontan... Oh, dass sie jetzt ein bisschen spontan... Oh Gott, ist Krimp angefangen. Komm her jetzt! Na gut. Oh mein Gott, ich bin einfach boosted. Gut. Mama? Mama Mia! Here we go again! Mama! Mama oder my mind? Weiß ich nicht. Hat aber my mind, aber... Ich hab'n... Kam'ra... 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 Der Typ ist ein Biest. Dann buddel ich mal. Buddel, Buddel, Buddel. Aaaaaaaa... Hier ist ne Laterne. Hat kein Flash, der Typ. Guck mal hier. Die Boys. Oh, das war ein nicht guter Passwort. Ach komm'ra... Wie ich jedes mal, wenn ich Castle spiele... erst mal versuche Boots zu kaufen, ne? Es ist jedes Mal... Kannst du gar nicht, weil dieser Passiv ist, das verhindert, du Loop. Okay, das ist dein Job. So was zu wissen. Ist es halt echt, also. Das finde ich schon fragwürdig. Jemand, der dann wirklich professionell sein... Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich finde es auch nicht gut, dass wir uns über Maxims Elo lustig machen, by the way. Nee, finde ich echt nicht gut. Gerade ich. Vor allem hinter seinem Rücken. Ja. Gerade du, Max. Du Arschloch. Du Arsch. Wollt ihr nochmal von hier kommen? Ist mein erster Dislike auf dem Kanal. So. Klar. Wer vermisst ihn irgendwie so? Ja doch, ich schon. Echt? Ja. Cool. Du machst jetzt auch nur wieder, um Sympathien im Video abzugreifen, nach der Diskapade mit Maxim letztes Mal. Wer mag? Go, go, go. Yo, du Fickgeburt. Haha. Ich stehe einfach drüber. Warte, dieser Ultima-Til. Warte, jemand den Jungle? Boom. Ich war trotzdem, dass er das freckte. Der hat Mauten gemacht, also Redbox ist wahrscheinlich ab von ihm. Aber ich bin ja nicht irgendwer, ne? Okay, die wissen, glaube ich, dass ich hier bin. Ah, warte, jetzt auch Rome. Hm. So, ich geh mal raus. Kevin, kannst du da oben kommen? Ich kann dir eine Lintern geben. Ja, aber ich mach die beide. Okay, ohne Ansorge. Ich hab eine auch. Ich bin auch auf dem Weg nach unten. Okay. Lauf, 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 lauf. Ist mir noch auf. Ist mir nichts noch richtig übrig oder so? Kutscher, Mann. Das ist mir fast diese Freunde. Ist denn jetzt zu mir dein Problem? Jetzt einfach reingeben, ist ein Tank-Kenn für mich. Etwas sehen, die Wave nicht bis zum Kölnbruch. Hier ist ein Pinkfrohr, willst du die Last haben? Nee, danke. Aber ich schaffe nicht. Blazes Stats! Oh, Redbox wird schwierig. Obwohl, du bist 3-0. Aber sie hat Redbox, du hast recht. Hä? Was war das, Marc? Was auf der Wartner? Du weißt, dass du da bist, Max. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja, TP, wir haben TP, ne? Das ist das Turn. Okay, können wir. Du bist noch zum Turn, geh da rein. Good. What's up? Oh, hier, guck mal, Jaffen, ich bade dir den. Ja, wo bist du? Oh, Mann, das war aber knapp jetzt hier. Ja! Du? Das ist ja ruhig. Ach, deine W. Nice. Oh, ich sollte jetzt keine Kills mehr nehmen. Glaube, ich muss man eben ein bisschen anders sein lassen. Jihihi. Kevin, bist du noch da? Du kannst bitte in die Wave nehmen. Ich? Ja. Na klar. Bist du still? Bist du gerade im Triumph? Die konzentriert sich. Ja, ich hab fucking 1-W-1 verloren gegen den Typen. Das ist natürlich gut, ey. Oh, jetzt hier. Ah, hat's ja key. Nice flash von ihm. Wieso Flames denn jetzt? Er hat mich 1-W-1 zweimal fast besiegt. Oder einmal gekillt. Was soll dat? Ja. Wo kratzen? Ja. Wo kratzen? Okay, komm. Was ist denn jetzt der Plan? Ich komme ja zu dir. Einfach weil wir die jetzt einfach weiter snobbeln. Einfach weil wir die jetzt einfach weiter snobbeln. Wir müssen mal ein paar Polizisten kuschen hier. Ah, wir haben halt nicht so die, die krisse Siege kommt, ne? Da hast du recht, mein Freund. Hast du aber recht. Hat aber recht, Patrick. Hat aber recht. Irgendwann muss stopp. Das ist schon weg. Hat aber echt, wer hat recht. Wir können bitte einfach rustig bei allein bleiben, oder? Oh. 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 Da ist er. Da ist er. Soda. Oha. Ich weiß, ich hätte hier eher einen König vollidio. Komm mal Kevin. Was? Der ist, der ist so alleine. Ich kann live'n. Ah, da kann Flash noch. Hab ich zu spät gesehen. Me, sorry. Ist ja auch nicht so, als hätte Kevin es gesagt. Oh, ich glaub ich gehe aber trotzdem. Wunderschön. Wunderschön. Wollen wir den Herald angehen? Doch, hätte ich Bock. Ich hätt' ihn gerne, ey. Ich bin voll verwirrt. Maxx als zweites den E, oder? Ah, ich muss aber klar. Zum Glück bin ich wieder da, sonst würde er richtig aufs Maul klingen in diesem Game. Ja. Ich hab' schon gesagt, mir gefällt das so gut, ich würde am liebsten immer so lehnen. Alles klar. Disconnected. Bitte. So, wollen wir Herald machen? Zu zweit reicht. Nee, zu zweit reicht nicht. Kein Damage. Du bist 5-0 komisch haben hätten. Aber da ist keiner da, der es nimmt, ihr kleinen Lula. Nimm's nicht? Oder ich? Nö. Okay. Hier, lasst die Lulu lieber mitnehmen. Oh lol was. Oh, da sind zwei. Der nicht, oder was? Ich swab jetzt auf toplane. Sonst sich nicht den Team abzahlen? Eieieiei, Patrick. Ja, aber recht, Patrick. So, was mach ich jetzt? Ich kann eigentlich echt wieder afk. Er ist richtig gut drauf. War das die Selbstmordstimme? Ich hab richtig Bock auf mein Leben grad. Ich hab richtig Bock auf mein Lebensjetzt, muss ich auch sagen. Ich hab so Bock! Ich glaub dir gar nicht. Wie lange nicht mehr? Wie lange nicht mehr? Na ja, so gut. So, jetzt schwimm ich noch da lang? Oh, geh zu Wort drin. So, warum bist du Level 2? So, was soll das? Geh da jetzt rein, top. Okay, ich mach mit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum ich den Land verlassen habe. Ist ja auch nicht. Der war eine Laterne. Ich bin gleich da, mein Junge. Schönen geschnackt. Die haben ein bisschen geschnackt. Mit den Gegnern. Was ist denn hier nur für ein Treihard? Wirst du meinen armen AD-Carry nicht farmen? Ja, die können Glück haben, dass ich's nicht mehr für halt ändern. Ich würd jetzt wahrscheinlich auch schon gewinnen. Ja, mein Cinder-Fick macht das Ding halt weg. Ne, das lässt das ja auf. Ach echt? Ja, oh, fein. Und Leute, haben wir's geändert? Ja, vor... Vor... Vor 10 Jahren? Ja, ungefähr. Okay, geil. Ich hatte immer noch einen Schiss. Auch wegen nem Grom-Buff. So! Ja, bei der Up-Buff ist halt immer noch tricky so. Wie lässt die nicht fahren? Na dann. Up in your face! Zola ist einer von uns! Ey... Hehehehe! Ab zum Drachen! Jetzt kann man gleich Harald machen, hatte ich Bock. Ja gut, dann komm ich mal rum. Ich wollte mal testen, ob die das machen kann, aber ich glaub ich hab nicht genau den Punkt getroffen, ne? Game ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für die Leute, die sagen, sie sind Gold-Elo gehören aber nach Diamond, so. Es ist kaum... kein Elo richtiges Schissdruck. Alter, ouch dad war jetzt schon Toxic, ey! Hehehehe! Hat da urallечcht. Ist der jetzt mit dir geredet, Max, oder wat? Ohohohohohohohohohohohohohohohoho! H 스�IC experience. Da hast du dich eben noch gesagt? Imagine warum bist du so? P opinion ricke, boah! Oh ja, 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 ja! Eim will nicht komm! Age Oh, ich helf dir gleich! Jetzt! Jetzt. Später was? Wir sind geschaffen. Ich bait hier wieder. Also mich im Combo. Combo mich. Combo mich. Combo mich. Combo wombo. Mambo. Mambo, Mambo, Mambo. Oh du bist gehuckt. Das ist freaking. Yabba dabba du. Kommt davon, wenn wir einen Bart wegpick. Boah ey, welchen Schaden. Holy fuck. Dieser Schaden. Schade. Voll Schaden. Alter. Was? Drache? Die Kinder, die will unseren Sola. Ein dreckiges Stück Hure. Sola, wieso hast du nur 21 Farmen ey? Joao Serrano 1, bitte alle adden und beleidigen. Dankeschön. Alles klar. Alter. Aber Sola, wieso hast du nur 21 Farmen? Fühl ich da, Kutcher oder? Ja. Sola ist richtig reif grad. Also ich meine wie ne Mango. Wie ne Mango. Wat ne Bart und... Kutcher! Kutcher! Komm ran. Ja. Der lebt dich. Ich komme in deren Rücken. Oh Gott. Also ich meine, ich geh. Du hast ja komisch den Fetig, was ich sage. Ich hab da so viel gehört von hinten. Aber ich laufe meine ich. Warte ich bin doch gleich da. Mach den Tower. Ich bin doch gleich da, sagte ich. Mach den Tower. So. Das war ja meine Ulti noch Wölf. So ist das. Der schnattert immer so schön. Uli, der schnattert Max. Schnattert so schnatterlich. In dem Sinne. Oh Loi. Äh. Weil die Tunnel misset. So. Ich dive. Oh Loi. Nevermind. Ghostblade. Hallo. Max, dein Ghostblade aktivieren. Ghostblade. Hey, es ist nicht ready. Nicht? Vollidiot. Lügner. 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 Trevore. So. Wollen wir Drachen machen? Oder die jetzt komplett löten? Die löten. Schön den Kolben reinbuttern. Mit Hodensack in kaltes Wasser hängen. Hahaha. Da fack. Immer fixen. Trevore. Trevore. Reaktiviert. Kriegt der auch schon. Hahaha. Hahaha. Ja komm, dass du ein Drachen gehen. Oder? Ich finde auch so das Bild gar nicht zählen. Ja, ich fass ihn auch richtig gut in Itemless. Leute, ich versuch hier die ganze Zeit. Okay. Ja dann nicht. Boah, ich bleibe dann ungecarried. Ich bin alle taugstumm. Was soll das jetzt? Ich stehe 7-0-3, du faggelt. Ich bin schon spaß, ne? Ja, stimmt. Wollte ich schon sagen. Wollte ich eigentlich sterben lassen, aber ich glaub du machst die alle alleine. Ja. Oh, die Überlegung. Das war echt ein gutes Game, so. Hahaha. Finde ich auch, auf jeden Fall. Richtig. So lasst ich negativ. Wie viel wird auch gemacht, ey. Oder kannst du schon auf deinem Channel hochladen, 4 Minuten. Ja, netter, dass er jetzt wartet, dass die Minions da sind. Das lade ich ja auf jeden Fall hoch, das Video bei mir. Was? Das war richtig sehenswert. Mach's. Mit Pfeilen und mit roten Kreisen. Du warst schon richtig krasse editiert, so die letzten Minions. Alter, ganz ehrlich, ich kann ja verstehen, dass die missbrustet sind, dass wir ein höheres Elo als sie sind. Aber, wenn ich in der Situation wär, dann fände ich sowas geiler, als gegen irgendwelche Logops zu spielen. Ah ja. Ja, aber der geht halt Elo, ne? Elo ist ja der Ursprung allen Frustraten. Wir sind so kurz vor der LCS. Ja. Wenn man jedes Game so gegen so einen Channel, dann macht's natürlich keinen Spaß. Und dann ist das halt genauso wichtig wie deine MMR. Du spielst auch nicht kurz bei ACS. Ja, meine MMR ist mir Null wichtig. Ja, ja, aber den meisten. Ja, okay. Versteh, was du meinst. Die sind natürlich gefrustet, weil die halt nicht den Hau einer Chance haben. Und trotzdem Elo verliert. Ja, aber das sind doch eher die Games, wo man... Ah, die Frage ist, wie viel Elo ist die Qualität? Ist ja die Frage, wenn das Remi-Replacement ist, so... Ja, das zackt schon. Ja, Fokus dann an Proofity. Aber ich... Ich würd' noch mal einen Punkt hier unterbreiten und mal zur Diskussion stellen. Ja, ist ja auch schön. Also, ich find das wirklich... Ich find immer gut, dass wir so, äh... Schön sortieren... Ich find immer gut, ja, dass es in der Welt aufrufen oder so. Schmalzkopf oder so. Oh, wow. FINISH! Das hat escalated quickly. FINISHED DOCH! HALLO! Dann denken Leute, wie das ist das Edit-Gameplay. Ja. Ne, nicht sterben. Ich hab keinen Flash mehr. Tschüss. Kleiner Wettmongo. Du... Ich... Wer überlebt? Wer hat null Tode? Sola. Hehehe. Hehehe. Oh. Wie hast'n das geschafft? Oh, Kindred hat doch richtig Bock. Hehehe. Zum einen, Leute. Das ist klar. Hehehe. Was? Was? Hehehe. 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 Was denn? Hehehe. Hehehe. Übrigens bei... Guckt ihr nebenbei den Stream von Maxim? Ne, ich hab mich hier voll aufs Game konzentriert. Hallo. Ich möchte ein Wort haben, bitte. Wie gesagt, das läuft ja gerade King of Spandone. Alle einschalten, bitte. Alle einschalten, bitte. www.twitch.tv slash Summoners in live. Ich muss echt mal weg. Ich hab über drei Tonnen. Du hast Aschet und Kutscher fälscht. Wo hab' ich? Ja. Ja, dann berat mir doch einer einen Storch. Ach. Den grünen Neuner. So. Äh. Ich hole mir dieses Potenzial. Hallo. Hör mal auf, hier auf meinen Tast zu klicken. Und das Game zu finishen, Kim. So. Das ist halt mal ein Boost-Dick. Wenn das hier klar, ne? Ich weiß nicht, ob irgendwas klar ist. Ich glaube, er stirbt. Ohhhh. Kim. War Klose. Fokus auf den Pro. 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 Ich finish jetzt das Game. Ich mache jetzt richtig nützlich. Lauf rein. Ich weiß nicht. Wir machen aber alle nacheinander. Alle nacheinander. Ich hab nicht mal mehr einen Flash. Lass mal probieren. Jeder nacheinander. Wer ist das? Ich warte mal. Die rausgehen. Hier ist einer. Ja, jetzt glaube ich meine Chance. Okay, go. Max, da geht da! Oh, du musst ja... Ohhhh, das wird nichts. Ah, ich mach gar kein Schaden. Jetzt kommt Kutscher. Ja, du bist ja nach vorne. Okay, ich bin aufm Weg. Ah, ich muss aber schon die Tür da kommen, ne? Weißt du, damit es eine richtig romantische Geschichte wird, muss die Sola den Asstettel da hier machen. Und Johnny, komm ja richtig weit, aber den tötet er da gerade auf seinem Weg. Guckt unten auf die Wand, guckt unten auf die Wand. Sola, Sola. Da kommt Sola. Ja, aber Sola. Oh, oh, oh. Ja? No! Jo, das wird nix. Ich komme, boys. Nicht mal das kann er. Das machen wir jetzt einfach so lang, bis wir die so oft geholt haben, dass wir verlieren. Das ist nicht vor den guten Planern. Aber ich habe hier noch einen Tunnel, ne? Kevin, wenn du jetzt reingehst, kann ich direkt nachziehen. Das mache ich jetzt. Das ist ein Hit. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Vor allem, inzwischen geht's was, was der hier so macht. Laufst der weg oder läuft der rein? Los! Kettungplatz! Oh, der Kettung! Es legt sich weg! Ja, ich schaff's! Meins! JASSA! 90 Gold! Booster! Das hat sich doch gelohnt, da, ich fang mal zu. Oder? So, das war ne weitere Runde Spannanfärmung. Nächste Folge fängt dann das Finale des King of Spannhaus an. Bis dann, tschau. Und immer schön einschalten. Nicht vergessen. Tschau. Tschau. Tschau.